Hallo zu einer neuen Folge Rust Never Sleeps. Wir sind heute auf der Brücke aus Stubnitz. Udo Kemutta, Kapitän, ist heute hier zu Gast und erklärt uns mal ein paar Geräte, die hier rumstehen, ob die noch funktionieren, was hier Sache ist. Hallo Udo, schön, dass du da bist. Ja, dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, weil dieses Schiff ist einfach fantastisch für einen Nautiker, der also seit vielen, vielen Jahren im Beruf ist und insofern ist das schon total beeindruckend, was hier so rumsteht. Ein schönes Beispiel ist hier dieses Teil, dieses Gerät hier, Kreiselkompass Kurs 4, ein russisches Modell, aber und jetzt kommt das Interessante an diesem Teil. Dieses Teil findet man sonst nur in Museen. Zum Beispiel beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hier in Hamburg im Foyer steht das Originalteil von Anschütz Kiel, also dieses baugleiche Teil, was hier in der damaligen Sowjetunion in Lizenz Kurs gebaut worden ist für die DDR und dort steht es sozusagen als Ausstellungsstück historisch und hier ist es sozusagen vollumfänglich noch im Betrieb. Das ist sozusagen die Kreiselkompass Mutter. Ja. Wir haben hier auch Kreiselkompass Töchter, also Mutter und Tochter, das wäre zum Beispiel so eine Tochter. Und hier haben wir auch eine Tochter. Das heißt also, die Mutter gibt den Kurs, auch schön der Name Kurs 4, der russische, gibt den Kurs vor für das Schiff. Also das Kreiselkompass System ist ja so aufgebaut, dass sich also der Kreisel, der da drin ist, sich sozusagen auf die Richtung der Erdachse einrichtet. Jeder weiß, Kreiselsysteme, da oben die ISS, da im Weltraum und die ganzen Satelliten, die würden sozusagen alle ins Trudeln kommen, wenn es keine Kreisel gäbe. Und damals hat man also im Zweiten Weltkrieg oder auch schon davor diese erkannt, dass also ein Kreisel hier lagerstabil ist und hat ihn auf die Erdachse abgerichtet und dann kann man sozusagen vom Kreiselkompass den exakten Kurs unabhängig vom Magnetfeld der Erde abnehmen. Ist ein großes Thema, Kreisel, muss man sagen, weil zum Beispiel die ganzen Polarflocken auch heute noch den Kreiselkompass nutzen. Insofern hat sich an dem System nicht viel geändert. Alle Atom-U-Boote auf der Erde fahren mit Kreiselsystemen, navigieren vollwertig mit Kreiselsystemen. Also so Nachfolgesysteme von dem hier so? Na ja, gewissermaßen. Die sind elektronisch zwar anders drauf, aber an dem grundsätzlichen technischen System hat sich nichts geändert. Und das ist eben das Beeindruckende, dank der Stubnitz, dass eben hier so ein historisches Teil vollwertig, funktionsfähig für die Navigation sozusagen geeignet und auch noch genutzt hier eben existiert. Hier ist alles analog. Also das ist sozusagen noch so, wie es in den 20er, 30er Jahren mal vorgesehen worden ist. Solide Technik, unkaputtbar durch die Russen sozusagen. Also Russentechnik ist ja immer sehr, sehr unkaputtbar gebaut worden. In dem ganzen Equipment der Stubnitz sieht man ja ganz, ganz viele Beispiele davon. Und diese solide Technik funktioniert ja wirklich, muss man sagen, Jahrzehnte. Und ich bin davon überzeugt, wenn 100 Jahre vorbei sind, man würde das Teil einstellen, es würde immer noch funktionieren. Okay. Also es ist so, dass also hier eine Kugel existiert, die kardanisch aufgehängt hat. Diese Kugel schwimmt in einem, in einer gallartigen Masse, sage ich mal so, dass sie sozusagen immer die Lage einnehmen kann, wie der Kreisel das vorgibt. Und dann wird also durch Mechanik die Richtung abgenommen, sozusagen, um es mal so zu sagen. Also es gibt viele Einflüsse auf den Kreisel, also er ist nicht ganz fehlerfrei. Klar, Gerätefehler, alles was sich dreht, hat dann Gerätefehler. Und die Bewegung des Schiffes. Also wer schon mal ein Überraschungsei, so ein Kreisel für die Kinder gehabt hat, wenn man den mal zum Schwingen bringt und man darunter die Hand wegzieht, dann wird man sehen, wie die Kreiselachse sich verändert. Und das ist auch ein Problem, womit sich dieser Kreiselkompass auseinandersetzen muss. Wenn das Schiff sich bewegt, dann gibt es Veränderungen an der Kreiselachse. Und die muss entsprechend dann bei der Navigation beachtet werden. Wenn ich von Nord nach Süd fahre, ist es nicht so problematisch, aber wenn ich quer zur Erdachse mich bewege, dann muss ich natürlich die Geschwindigkeit des Schiffes, die geografische Breite mit beachten, um dann den exakt und den guten, also den, man sagt in der Navigation, den rechtweisenden Kurs zu errechnen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn man muss natürlich immer redundante Systeme, bist auf dem Meer, das Ding fällt aus, weil es technisch jetzt mal irgendein Problem hat. Es ist ja Strom, Strom aus, Kreiselkompass aus, schon weiß man nicht mehr, wo man hinfahren soll. Also das kann man dadurch kompensieren. Wir haben hier so ein eine optische Einrichtung. Oben auf dem Peildeck steht ein Magnetkompass, der also dort steht und den ich als Notfall und Vergleich habe. Der Kreisel kann ja kaputt sein, das würde man gar nicht mitkriegen. Die Richtung würde sich ändern und deswegen vergleicht man immer beide Systeme. Die Magnetkompasskurs, den ich vom Magnetkompass bekomme und den Kreisel. Das vergleicht man alle Stunde. Das gehört zur nautischen Praxis dazu und das wäre sozusagen mein redundantes System, wenn das da immer ausfällt. Das Schiffseisen muss kompensiert werden. Das nennt sich auch Kompensierung. Da werden Magnete an den Magnetkompass angebracht, die also sozusagen das Schiffeisen kompensieren, sodass ich einen relativ guten und genauen Kurs zur Nordrichtung bekomme. Das macht ein spezieller Kompensierer, der also hier extra Kreise fährt mit dem Schiff und dann genau guckt, wie man diese Magnete anbringen muss, damit der Kurs, den ich dort abnehmen kann oder die Richtung dort halbwegs stimmt. Da muss man natürlich das Erdmagnetfeld noch beachten. Also man muss diesen, man sagt dazu, beschicken. Also man muss natürlich diese Ablesung auch noch mit den Fehlern, die ich in der Magnetkompass, also den Einfluss des Schiffseisens, kann ich nicht ganz kompensieren. Bleibt immer ein kleiner Rest übrig. Und natürlich die Missweisung, also der magnetische Nordpol der Erde, der ist ja irgendwo in Kanada, also da oben in Alaska und nicht genau auf den geografischen und diese Diskrepanz muss man auch noch berechnen. Da gibt es in der Karte steht das speziell drin. Und die Story, was ich erzählen wollte, hängt aber mit der Stuttgart zusammen. Alles war ordentlich, wir waren ready zum Fahren und der Magnete war in Ordnung und wir wollten losfahren und dann vergliche ich diese beiden Kurse und sah, das war ein großer Unterschied. Und da habe ich gesagt, oh Gott, jetzt ist der Kreisel ausgefallen, kurz vorm Auslaufen, also so ein Mist aber auch. Aber der Kreisel funktionierte gut, wir konnten das über GPS verifizieren und also musste der Magnetkompass-Kurs irgendwie nicht ganz stimmen. Das war schon zu Kulturschiffszeiten, ne? Ja, ja, genau, das war toll. Was hatte die Stubnitz-Crew gemacht? Ganz klar, Kulturschiff, ne, die hatten die ganzen Tromps an Flaschen für die Bar aus Schank, also alles was an Stahlflaschen, CO2, das hatten sie alles schön sauber da in der Nähe des Magnetkompasses gelascht und dieses Eisen, was da zusätzlich dazu kam, hat den Magnetkompass völlig aus der Bahn gebracht. Also das war sozusagen, die ganze Kompensierung war hinfällig, weil da oben im Prinzip alles vollgestaut worden war. Hatte keiner dran gedacht, es ist natürlich ein Problem, wenn ich jetzt nicht aus der Schifffahrt komme, da oben so ein Teil da irgendwie steht, was ist denn das hier, ne? Ja, ja, klar, so geht's mir hier. Ja, genau. Ja, klar, so geht's mir hier.